Moin Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich bin wieder hier, euer Togo und wie ihr hier seht, ich bin immer noch im Mkw, ich bin immer noch unrasiert und ich bin dieses Wochenende nicht zu Hause. Das heißt, für nächste Woche habe ich am Montag aktuell leider nur ein Video in Vorproduktion und da kommt ihr wieder mit ins Spiel. Ich möchte ganz einfach, ganz schnell, was heißt ganz schnell, ich möchte die Woche noch ein FAQ drehen für euch, hier im Mkw und daher frage ich euch oder wie gesagt, warte ich auf eure Fragen. Also haut in die Tastatur, fragt mich, was ihr wollt, was ihr wissen wollt, ich suche mir die Fragen raus, werde dann schon ein klares Video machen und dann sehen wir uns die Woche. Auf jeden Fall, bevor ich es vergesse, euer Trag-Simulator, weiß ich nicht, ob ich den aufgenommen kriege, glaube ich nicht, der wird wahrscheinlich ausfallen und wird wahrscheinlich am Wochenende nachgeholt. Auf jeden Fall werde ich noch ein paar kleine Videos so mit zwischendurch reinschmeißen, was ich jetzt aktuell bestellt habe, was die nächsten Wochen kommt. Das nur mal so zur Info vorweg. Und bevor jetzt das Akku der Kamera doch nochmal sagt, ich will nicht mehr, ist zwar noch voll, aber ich brauche ja auch noch was für nachher für das FAQ, fragt mich eure Fragen unten in den Kommentaren. Also, haut rein, bis die Tor geht.